Hallihallo und zurück zu einem neuen Let's Play mit dem Florian. Heute ist der Titel mal wieder fleißig fleißig. Ja, in dem Game werde ich heute mal ein bisschen fleißig sein. Muss ich ja wohl, wenn ich bezüglich meiner Arbeit verrichten will. Ihr seht schon, ich bin schon auf einer ganz anderen Map schon wieder. Ja, ich bin diesmal nicht auf dem Server. Nein, heute mal nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar, machst du jetzt mal so deinen Let's Play Welt wieder und nur die Harten kommen in den Garten und du hörst auf zu schießen, du komisches Viech. So, ja, nur wer fleißig ist, wird fleißig auch belohnt. Und, ja, da wollen wir uns erst mal uns das alles verdienen. Ja, bin ja mal heute gespannt, wie das heute Abend mit dem Let's Play, ähm, Livestream wieder aussieht. Wird bestimmt wieder eine lustige Geschichte. Ja, und ja, ich habe mir gedacht, ja, ich baue jetzt mal während meines Let's Plays hier an meinem Turm weiter nebenbei. Bin mal fleißig. Hab länger mal hier nichts dran getan, dass ich die Map hier auch mal machen könnte. Man muss ja nicht immer auf dem Server spielen. Klar ist der Server auch immer on. Finde ich auch ganz lustig. Aber so ab und zu muss ich dann doch mal mal so die anderen Maps spielen, die ich ja noch hab. Ja, so, ich glaube, der Turm wird irgendwann noch mal ganz hoch werden hier. Ziemlich hoch. Ich weiß, ich habe schon ein letztes Mal oder vorletztes, in irgendeiner Folge habe ich schon ein Let's Play auch schon mal darüber gemacht. Äh, bezüglich, ähm, der, wie heißt es? Ach ja, Inselturm. Na, was ist los? Hast du keine Lust hier? Ja, genau, spreng dich in die Luft, genau, vor Wut, weil ich dir doch eine verpasst habe. Ja, gut, alles klar. Ähm, ja. Und ich dachte mir, man könnte das jetzt hier noch ein bisschen erweitern und ab und zu auch mal ein Let's Play machen. Ich mache da so eine kleine Mixtur draus. Mal hier, mal dort, mal dies. Ähm, das kennen die meisten wahrscheinlich auch schon, diese Map hier. Wahrscheinlich. So, dann werden wir jetzt noch mal schön viel arbeiten, dass wir es auch schaffen, unser Projekt. So, damit ich das dann noch hinkriege. Und ja. Aber ich wollte mich noch mal bedanken für alle Abonnenten, die sich das fleißig angeschaut haben. Die letzten Let's Plays und Livestreamen wollte ich mich noch mal bedanken. Ja, und ich habe inzwischen schon 45 Abonnenten. Total geil. Ja. Ähm, finde ich super von euch, dass ihr mich abonniert. Und fleißig kommentiert. Finde ich super von euch. Echt. Und ja. Schauen wir mal, wie das dann heute Abend mit dem Livestream aussieht. Da werden wir... Uh, ja. Da werde ich auch schon wieder fast runtergeflogen. Äh, wenn man nicht einmal aufpasst hier beim Bau einer... eines Turmes. Ja. So, haben wir noch ein paar Treppen im Angebot? Nein, haben wir nicht. Aber gut, egal. Machen wir noch eine Etage höher hier, das Ding. Und dann ist auch Schicht im Schacht hier für diesen Inselturm. Ich weiß, auf dem Server sieht das auch wieder ganz anders aus. Dass er noch höher ist und so. Ja, ich mache das immer so. Je nachdem, wie ich lustig bin. Äh, baue ich dann meine Türme und meine Brunnenanlagen. Ja. Aber mir fällt ja immer ständig irgendwas Neues ein, was man so bauen könnte und verbessern könnte. Und, ja. Brot haben wir hier auch. Mensch, wir sind doch bestens ausgestattet. Sogar mit einer super Rüstung. Ja. Schauen wir mal. Ob wir nicht schon... Naja, immerhin... Das Zeug brennt und brennt und brennt. Und verwüstet ich. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Dann ein bisschen Zaun. Ähm. Ach ja, ich müsste ja immer ein paar Zaunelemente noch wieder machen. Ist mir gerade eingefallen. So, dann kann ich das hier noch mal eben schnell so machen. Und, ja. Schauen wir mal. Aber fleißige Arbeit lohnt sich. Es wird immer belohnt. Ups. So. Ja. Ich weiß, es sieht noch nicht sehr schön ausgestaltet. Kommt noch alles. Wird noch alles verbessert. Und schauen wir mal, wie das so ablaufen wird. Ich werde auf jeden Fall mal Spaß daran haben. Und, ja. Schauen wir mal, wie das heute so ablaufen wird. Aber zumindest freut ihr euch. Könnt ihr euch immer freuen, wenn ihr dann so ein Let's Play von mir kriegt. Und euch zuschauen könnt. Und euch das angucken könnt. Sogar in HD. Full HD könnte ich auch machen, ja. Ähm. Jetzt habe ich die Treppen vergessen. Aber gut. Egal. Muss jetzt mal so reichen. Geht das so? Äh. Okay, dann. Vergesslichkeit wird auch nicht belohnt. Naja. Also schauen wir mal, ob wir nicht noch ein paar Treppen finden. Ach ja. Wir sind ja gerade erst ein bisschen unterwegs. Kann ich noch mal Brot futtern. Schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Ähm. So. Meine Treppen, die habe ich hier irgendwo auch rumfliegen gehabt. Da genau. Immer mitnehmen die Treppen brauche ich immer. Brauche immer alles mögliche. Ein Schnickschnack. Ich weiß, auf dem Server habe ich auch immer möglichst viel Schnickschnack um mich herum. Aber, ja. Banner habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Äh. Ich meinte Let's Play. Entschuldigung. Ach ja. Schauen wir mal. Vielleicht werde ich das hier auch nochmal zum Server machen. Aber, ich glaube, ja. Ich habe ja einen Server. Und da freuen sich dann die Leute, wenn sie dann immer raufkommen können. Ja. Wie gesagt, ich werde dann irgendwann noch meine Webseite erstellen. Dass ihr dann einen Link zu meiner Webseite habt. Wie ihr dann auf den Server kommt. Und, und, und. Ja. Bezüglich. Sowas. Ne. So. Dann wollen wir erstmal schnell die Treppen hier hinsetzen. Hups. Hups. Dann haben wir, ähm, weil wir ja hier was hinsetzen, machen wir noch eine Reihe rum. Schauen wir mal. Irgendwie wird das ja lustig sein, wenn ich dann den Turm fertig habe. Wenn dann noch Fenster eingebaut und, und, und. Und, also, ja. Ich weiß, in der letzten Folge hatte ich das auch schon. Bezüglich der Sachen hier schauen wir mal. Naja. Wir sind fleißig dabei und motiviert, sind immer motiviert, dass wir was hinkriegen. Ich besonders bin immer motiviert. Und es macht ja auch immer Spaß. Man geht ja auch mit leidenschaftlich gerne ran und spielt ganz gerne das. Und es macht ja auch super echt Spaß, wenn die Leute dann zuschauen und sich das Let's Play anschauen. Ja. So. Schauen wir mal. Ja. Ja. Ich glaube, das schaffen wir heute in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr fertig. So. Das schaffen weiß ich noch gar nicht. Ich glaube nicht. Ja doch, vielleicht schaffen wir es. Wenn ich mich ein bisschen dran halte und beeile. Hups. Au. Da bricht man sich hier noch die Knochen. Wenn man hier durch ihn läuft. Oder sprintet. Umso weiter man springt, umso weiter kommt man im Leben. Ja. So. Dann sind wir hier. Ach. Ja, wie gesagt. Hier habe ich schon ein Fenster eingebaut. Bei den anderen da oben muss ich es noch machen. Huh. Ja. Schauen wir mal. Wir sind ja sehr fleißig heute wieder. Geben uns große Mühe, dass es was wird. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob ich das jetzt hier nicht irgendwie zumachen kann. Ja. Das auf jeden Fall werde ich zumachen. So. Dann werden wir mal gucken, ob wir das hier nicht mit Holz machen. Da können wir das dann hier so zumachen. So. Dann können wir da hier noch zwei Reihen machen. Ups. Ja. Das sollte eigentlich jetzt funktionieren. Eigentlich. Äh. Ja. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Ich denke mal schon. Ups. Wir sind heute sehr motiviert dabei. Ich muss sagen, nebenbei trinke ich noch meinen Tee. Ab und zu mal. Muss ich doch ein Stückchen Tee trinken. Und dann hätten wir das auch gleich geschafft. Das zumindest hätten wir geschafft. Bezüglich das hier. Da haben wir jetzt nur noch. Oh. Es wird schon wieder dunkel. Oh. Ja. Haben wir noch was anderes an Holz. Perfekt. Haben wir noch Eichenbretter hier. Genau. Dann schaffen wir das Projekt doch noch fertig hier. Ja. Dann dauert das halt eben so seine Stunden. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt nicht gleich noch fertig kriegen. Aber ich denke mal schon. Meinen Turm kriegen wir fertig. Auf jeden Fall. Äh. Wenn uns das Holz nicht ausgehen würde. Äh. Naja. Gut. Wo ist meine Axt? Meine Streit-Axt hier? Na. Wo ist es denn jetzt hier? Der Block. Nein. Das war das Getreide. Och. Mensch. Genau. Dann machen wir gleich mal die Zaunelemente. Das sind 17 Stück. Auch hier rum. So. Dann machen wir hier gleich nochmal Fackeln setzen. Dann, damit es hier beleuchtet ist. Äh. Ja. Und dann werden wir mal ganz schnell noch nebenbei ein bisschen Holz sammeln. den Creepern ausweichen. Möglichst schnell. Möglichst schnell. Dann machen wir mal eigentlich ein Bretter. Och. Da können wir ja noch ein bisschen was basteln. Mensch. In Skinner sind wir heute. Da sind wir heute hochmotiviert. Mensch. In Skinner ist das gut. So gut motiviert sind. Habe ich jetzt nicht gedacht. So. Äh. Da haben wir die Bretter. Da haben wir das. Dann könnte uns ja jetzt nicht. Eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Außer. Die anderen. Oh. Habe ich gar nicht Holz mehr. Hi. Dann müsste ich mal wieder ein bisschen brennen. Äh. 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 Wo ist denn das andere? Schauen wir mal. Das packen wir da jetzt mit rein. Und dann lassen wir uns hier nicht aufhalten. Von diesen dämlichen Zombies. Oder Skeletten. Was auch immer hier rumwuselt. Ich will es auch gar nicht wissen. Das wird wieder ewig und drei Stunden dauern. Bis ich dann das hochgeladen habe. Wahrscheinlich. Uh. Ja. Hörst du auf nach mir zu schießen Kollege? Ich komme da sonst hin. Triffst du sowieso nicht. So. All. Alles klar. Schauen wir nochmal. Hier machen wir auch nochmal schnell Beleuchtung hin. So. Und dann machen wir das nochmal schnell fertig hier. Uh. So. Und dann sind wir auch gleich fertig hier. Eigentlich. Ja. Man muss ja sich irgendwie selber motivieren. Oder andere motivieren. Ja. Auch einen sehr gut. Und arbeiten macht ja hier eigentlich auf dem Spiel auch immer sehr viel Spaß. Mir zumindest macht es sehr viel Spaß. So. Dann gucken wir mal. Dann haben wir das jetzt hier auch fertig. Das Projekt. Jetzt fehlt da noch ein so ein Ding. Wo ist meine komische Crafting Box hier? Ja. Die habe ich hier. Die setze ich jetzt hier nochmal hin. Basteln wir mal schnell. Ganz kurz. Dann setze ich jetzt hier die Fackeln. Ganz einfach. So. So. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Ja. Super. Können wir mal gucken. Ob wir jetzt hier in der Mitte noch ein Ding. So ein komisches Ding setzen. Oder auch nicht. Ja. Ist mir auch wirklich geil. Lette Pieps. Schnurzpiepiegal. Schauen wir mal. Dann machen wir das jetzt hier auch nochmal so halbwegs fertig. Wenn nicht wird das in der nächsten Folge fertig gemacht. Hö, hö, hö. So. Damit verabschiede ich mich erstmal bei euch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Und auf Wiedersehen.